Frau Direktorin, meine erste Frage betrifft diese Internetberichterstattungseinheit. Also wenn hier irgendwelche kriminelle Inhalte aufgeteckt werden, beteiligen Sie das nur dem Host-Unternehmen mit oder melden Sie das auch der Staatsanwaltschaft des betroffenen Landes? Und dann Datenspeicherung. Also Sie sprachen von einer beschränkten Vorratsdatenspeicherung und nicht von einer umfassenden Erfassung sämtlicher Kommunikationsdaten. Der EuGH hat aber gesagt, dass eben das Erheben von Kommunikationsdaten von Personen, die nicht mal im entferntesten Zusammenhang mit Schwerverbrechen stehen, nicht zulässig sei. Also wird Europol sich anpassen an die Rechtsprechung und wie stützen Sie Ihre Vorgehensweise? Haben Sie da eine juristische Einschätzung? Frau Regow von der GUE. Dann Vorratsdatenspeicherung über nationale Behörden. Also die nationalen Behörden werden Zugriff bekommen auf diese Daten. Das muss also ganz klar sein.